Hi meine Lieben, zuallererst, für die, die mich noch nicht kennen oder so, ich habe im Moment auch einen Content laufen. Ich verlinke das mal da hin, da, klicke einfach mal das Video an, könnt ihr mal gucken, es gibt auch schöne Sachen zu gewinnen und ja, schaut mal da vorbei. So, aber jetzt zum Thema Gesichtsproutine. Ich habe in den letzten Wochen immer gesagt bekommen, oh, hast du gute Haut oder was machst du, um dein Gesicht so zu pflegen? Erstens, ich habe gar nicht so gute Haut. Ich habe immer ganz, ganz trockene Stellen hier, die ich mir dann auch, wenn ich nervös bin, so auskratzt und dann habe ich immer so rote Quaddeln im Gesicht. Deswegen, mein Hauttyp, ich bin ganz komisch. Meine Nase ist immer super fettig, hat auch rote Poren. Ein paar Pickelchen habe ich hier unten immer und sonst bin ich sehr, sehr trocken. Also hier, das ist abartig trocken. Wie gesagt, da kriege ich manchmal keine Risse in der Haut, da juckt es, quaddeln. Also sehr, sehr trocken und auch extrem empfindlich. Also meine Augen sind super empfindlich. Ich hatte sogar mal Wimpernausfall wegen zu aggressiven Reinigungsmitteln. Und deswegen habe ich große Probleme mit, sage ich jetzt mal, so einem Gesichtsroutine-Ding. Aber ich stelle euch jetzt mal vor, was ich im Moment nutze, okay? Also, morgens, wenn ich aufwache, wasche ich mein Gesicht meistens nur mit Wasser. Und ich habe das jetzt hier aus den USA mit. Das ist Neutrogena Fresh Foaming Cleanser. Den werde ich jetzt auch noch zu Ende benutzen. Der ist super. Das Gesicht spannt zwar ein klitzekleines bisschen, aber auch nur, weil der auch so aufpischt. Wenn irgendjemand noch nicht weiß, wenn man das hier in Deutschland herbekommt, ich habe es noch nicht gefunden, bin aber auf der Suche. Also, jetzt müsste ich mir hier was Neues holen, was ähnliches. Wenn ihr irgendeine Möglichkeit habt, da ranzugehen und ihr habt empfindliche Haut oder auch alle anderen Hauttypen, müsst ihr dann damit zurechtkommen, der ist super. Ganz, ganz klasse. Und mit jedem Spender komme ich ganz super mit zurecht. Das. Ja, und dann morgens mache ich mir dann eigentlich nur noch dann die Oil of Olas Total Effect 7.1 Anti-Aging Eye Cream unter die Augen, hier. Ich weiß nicht, wann man damit anfangen sollte. Aber selbst wenn ihr erst 16 seid, eine Augencreme schadet nie. Muss ja jetzt nicht unbedingt Anti-Aging sein, aber in Augencremes sind einfach andere Inhaltsstoffe als in der normalen Gesichtscreme. Und die normale Gesichtscreme muss ja durch eine viel dickere Hautschicht, also durch viel dickere Hautschichten als unter dem Auge. Und daher unbedingt eine Augencreme auftragen. Die hier ist schön, die hat noch so kleine lichtreflexierende Pigmente drin. Dadurch schimmert das unter dem Auge und einige Augenschatten werden schon mal neutralisiert. Dann habe ich die Oil of Olas Total Effect für normale Haut. Komischerweise komme ich damit ziemlich gut zurecht. Das ist also das, was ich morgens mache. Ich mache morgens keinen Toner aufs Gesicht. Das wäre alles zu viel für den Tag. Dann gibt es wieder rote Flecken im Gesicht. Ich weiß nicht, wer von euch da draußen Narben hat, aber ich habe eine Narbe im Gesicht. Also man sieht sie. Da ist sie, 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 da ist sie. Ja, das ist meine Narbe. Und deswegen benutze ich immer diese Contracto-Bag. Ja, weil die hält die schön geschmeidig und dann fällt die gar nicht so sehr auf. Okay. Was ich abends mache, ist ein bisschen anders. Abends, da verwende ich im Moment... Ich bin sie noch am Testen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann darauf allergisch reagiere. Ebeling, äh, feuchten Tücher, die auch, äh, also die sind Hautpflege und Aloe Vera. Ähm, also ich komme mit den Balea-Gesichtstüchern nicht zurecht. Da kriege ich mal Ausschlag, kleine Pöckchen. Ich hoffe, dass das hier besser ist und die letzten Tage hat es auch gut geklappt. Kann sein, dass das Style-Stringer, weil es dann auch für die Babypflege gut ist. Ähm, die sind halt alles auch meistens unparfümiert. Also diese Dinge. Dann wieder, ähm, also wenn ich damit das Gesicht, damit reinige ich das Gesicht erstmal. Also von allem Make-up und, weiß ich nicht, ähm, Lidschatten, etc. Und dann wasche ich mir das Gesicht erstmal mit Wasser. Ähm, und wenn ich das dann grundgereinigt habe, nehme ich meinen Vichy, ähm, Purthermal-Augen-Make-up-Entferner. Den führe ich auf den Wattebausch und dann mit dem Wattebausch nochmal schön die Augen, äh, ja, reinigen. Auch unter den Wünfern gehe ich immer her mit dem Wattebausch. Dann wird wirklich alles weg. Dann kommt wieder ein, ähm, Sichtreiniger, wie der hier. Das muss jetzt nicht unbedingt der sein, aber Hauptsache, ihr habt noch irgendwas, was alles, ähm, auskehrt. Die ganzen Puren, alles wegmacht. Und abends nehme ich auch einen Toner. Ich habe jetzt den auf der Serie von Neutrogena wieder. Ähm, alkoholfrei und super für empfindliche Haut. Ähm, ja, und dann kommt, ähm, wieder meine Contracto-Bags-Creme, die ich nur auf die Narbe mache. Und meine Augencreme wieder. Die mache ich dann aber hier hin und auch außen wieder ein bisschen. Also nicht zu dick, aber ein bisschen schon. Und dann habe ich aus der Apotheke Abitima Clinic. Das ist also eine sehr feuchtigkeitsspendende Creme. Ähm, hinten drauf steht auch Abitima Face eine parfümfreie Creme zur Pflege, feuchtigkeitsarmer und empfindlicher Gesichtshaut. Ich nehme die als Nachtcreme, weil da halt kein, ähm, Lichtschutzfaktor drin ist. Weil achtet darauf, dass ihr tagsüber immer eine Creme mit Lichtschutzfaktor habt. Das ist super wichtig. Selbst wenn die Sonne nicht scheint, die knallt immer irgendwas raus. Abends ist es nicht so wichtig, dass soll sich die Haut entspannen und einfach nur die wichtigsten Nährstoffe bekommen, damit sie sich auf sie konzentrieren kann. Und deswegen kein Lichtschutzfaktor. Die ist sehr gut. Ähm, fragt mal in eurer Apotheke nach. Ich kenne die überhaupt gar nicht so teuer. Ja, äh, das mache ich mit meinem Gesicht, außer Schminken. Ich hoffe, das hat euch ein wenig weitergeholfen. Schreibt mir doch eure Tipps einfach. Oder wenn ihr mal diese Neutrogena-Produkte irgendwo gesehen habt, schreibt mir, wo ihr sie kriegt, okay? Dann Dankeschön und, äh, einen schönen Abend noch. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020